Servus Leute, heute gibt es mal wieder ein neues Rezept von uns und zwar machen wir heute Vollkornpizzateig. Dieser ist nicht nur kalorienarm, sondern auch fettarm. Und ja, das Video wird in drei Schritte geteilt. Erstmal zeige ich euch die benötigten Zutaten. Im Anschluss kommen wir zur Zubereitung. Und am Ende werde ich euch noch eine von mir selbst kreierte Pizza dann zeigen, damit ihr auch seht, wie das nahe rauskommt. Und ich würde sagen, genug gelabert, fangen wir an, bis gleich. Okay, Freunde, hier sehen wir nun die Zutaten, die wir für den Teig benötigen. Das ist einmal 24 Gramm Hefe, 12 Esslöffel lauwarmes Wasser, sind ungefähr so 160 Milliliter Wasser. Dann benötigen wir noch einen Teelöffel Rohrzucker, beziehungsweise Zucker, ich benutze Rohrzucker. Also vier Esslöffel vom Olivenöl, dann noch 360 Gramm Vollkornmehl und zwei Teellöffel Salz. Genau, das sind die Zutaten und im nächsten Schritt zählen wir dann, wie wir den Teig zubereiten. So, also kommen wir zum ersten Schritt der Zubereitung, dem Vorteig. Und zwar geben wir da die 24 Gramm Hefe, ich habe hier frische Hefe genommen und habe die schon etwas zerkleinert, in die Rührschüssel. Dann kommen die 12 Esslöffel lauwarmes Wasser hinzu, wie gesagt, ungefähr so 160 Milliliter Wasser. Und dann noch einen Teelöffel vom Zucker und dann verrühren wir das Ganze. So, und das Ganze lassen wir jetzt für 10 Minuten gehen. Ja, Freunde, die 10 Minuten sind nun abgelaufen und wir geben nun zum Vorteig noch das Olivenöl. In meinem Fall sind das 4 Teelöffel. So, und nun verrühren wir das Ganze nochmal. Okay, gut, stellen wir das zur Seite. Und kommen nun zum nächsten Schritt. Dazu nehmen wir nun die, ja, ich sag mal die finale Rührschüssel. Also hier wird nachher der Teig auch darin gerührt. Ja, genau. Okay, und zwar geben wir nun hier das Mehl rein. Also die 360 Gramm. Zack. Und noch das Salz. Und zwar waren das, ja, bei mir hier in dem Fall 2 Teelöffel. Genau. Ich brühe das Ganze auch nochmal kurz etwas. Genau. So. Ich drücke jetzt hier die kleine Mulde rein. Und da kommt jetzt der Vorteig rein. Dazu nehmen wir den einfach wieder und versuchen den in diese Mulde zu geben. Genau. Und deck den jetzt wieder etwas zu. Und ja, man kann jetzt leicht kneten lassen. Oder etwas, leicht etwas durchkneten. Und wir lassen das jetzt wieder stehen. Und zwar eine Stunde lang. Könnt das auch abdecken dann derzeit, damit nichts reingeht. Und ja, dann sehen wir uns in einer Stunde nochmal. Kleiner Nachtrag, Freunde. Und zwar lassen wir noch erst den Teig von der Küchenmaschine etwas vermischen. Und erst im Anschluss daran machen wir dann eine Stunde lang Pause. Beziehungsweise lassen den Teig dann ruhen. Also einfach kurz den Teig auf, ja, einer kleinen Stufe durchrühren lassen. Und im Anschluss daran lassen wir den dann gehen. Ich gehe das jetzt nochmal mit der Hand hin und knete das nochmal mit der Hand ein bisschen. Drücke das ein bisschen zusammen. Und dann bis in einer Stunde. So, eine Stunde ist nun um. Und hier sehen wir nun den Teig. Ihr seht, ist der aufgegangen. Und wie wir damit weiterverfahren, werde ich euch im nächsten Schritt zeigen. Nun kommen wir zum Ausrollen. Also wie ihr seht, habe ich den Teig genommen und habe daraus vier ungefähr gleich große Teigbälle gemacht. Und im nächsten Schritt werden wir nun die einzelnen Teigbälle ausrollen, um diese dann am Anschluss auf das Pizzablech zu geben. Und ja, genau. Ja, noch zur Info. Während wir das machen, könnt ihr schon mal den Backofen vorheizen. So auf ungefähr 200 bis 220 Grad. Damit das dann nachher schneller geht. Also, fangen wir an. Ja, Freunde. Kommen wir zur Tomatensoße. Und dazu benötigen wir folgende Zutaten. Einmal eine Dose mit Pizzatomaten. Dann eine kleingehackte C-Knoblauch. Ungefähr zwei Drittel einer Zwiebel kleingehackt. Als Gewürze etwas frischen Basilikum und eine Pizzakräutermischung. Diverse andere Kräuter, die ihr gern mögt, könnt ihr natürlich auch reinmachen. Dann noch etwas Salz und Pfeffer. Und zum Andünsten des Knoblauchs und der Zwiebeln kommt noch etwas Öl dazu. Und ja, sehen wir uns in der Zubereitung im nächsten Schritt. So, also wir erwärmen nun die Pfanne, so bei etwa mittlerer Temperatur. Und geben dann eine kleine Menge vom Öl hinzu. Ich nehme jetzt hier nochmal so ungefähr einen Teelöffel voll. Naja, das reicht schon. Jetzt kann ich wieder zurück. Öl kurz verteilen. Und Jetzt kann ich mir mal noch ein Werkzeug zum Rumrühren. Also Jetzt warten wir noch kurz, bis das Öl warm ist. Das passt ungefähr. So, und nun geben wir den Knoblauch hinzu. Und auch die Zwiebeln. So, und das Ganze dünscht man jetzt ein wenig an. So, der Knoblauch und die Zwiebeln sind nun genug angedünstet. Nun können wir die Pizzatomaten hinzugeben. Etwas von dem Pizzagewürz. Bisschen Salz. Bisschen Pfeffer. Und den Fräschen Basilikum. Rühren das Ganze und lassen das jetzt auch nochmal einfach eine Weile köcheln und auch eine Weile ziehen. Damit sich das ganze Aroma entwickelt. Und es lohnt sich somit diese Tomatensoße einfach in der Zeit zubereiten, in der ihr wartet, bis der Teig geht. Dann könnt ihr auch da die Zeit entsprechend sparen. Und ja, sehen wir uns im nächsten Schritt wieder. Ja, kommen wir zum vorletzten Schritt und zwar zur Belegung. Die ist euch ja eigentlich selbst überlassen, aber ja, ich zeige euch jetzt einfach mal eine Pizza vor, die ich mir noch machen werde. Und zwar wird es eine Pizza mit Schinken, Champignons und ja eben der Tomatensoße. Und im Anschluss daran kommt die dann in den Ofen. für ja, solange bis er eben durch ist. Das könnt ihr ja handhaben, wie ihr das selber wollt. Und wie gesagt, bei der Belegung könnte er variabel sein. Da könnt ihr ja drauf machen, was ihr wollt. Und die Nährwerte werde ich euch hier nur für den Teig angeben, da der Rest ja variabel ist. Ach ja, kleine Anmerkung noch. Der Käse, den ich verwende, ist so ein Reibekäse so auf Fett reduzierter Basis. Hat hier auf 100 Gramm wie gesagt, auf 100 Gramm hier 17 Gramm Fett 28,5 Kohlenhydrate also ist ganz okay. Entschuldigung, Eiweiß. Und ja, jetzt kommen noch ein paar Kräuter oben drauf. Und dann kommt das Ganze in den Backofen. So Leute, also so sieht nun das fertige, die fertige Pizza aus. Ich werde sie mir jetzt schmecken lassen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao.